Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin, ein bisschen tiefer als gestern. Leider ist die Short-Position ausgestoppt gewesen oder wurde ausgestoppt. Haben wir ja gestern Abend im Livestream schon mal drüber gesprochen. Kein neuer Short. Versucht, werde ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Außerdem werden wir einen kurzen Blick auf XRP werfen, weil sich da auch ein bisschen was getan hat. Aber jetzt nichts weltbewegendes, nur nochmal wegen einem Livestream. Gestern wollte ich da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten, wie ist der weitere Fahrplan für Bitcoin? Auch das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt, immer wieder neue Updates zu bekommen. Gerne auch die Glocke natürlich aktiv werden, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Und ansonsten kommt in die kostenlose Telegram-Gruppe, der Link ist wie unten in der Videobeschreibung. Funktioniert gerade hier nicht am PC, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber dort kriegt ihr dann Signale, News etc. pp. Gut, und noch ein kleiner Tipp auf Rande, neue Podcast-Folge online, Strukturen und Routinen von Crypto & More. Hört euch das gerne an, morgen kommt dann die 10. Folge schon, ist schon krass, 10 Wochen machen wir schon den Podcast, kommt dann morgen raus. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Bitcoin, momentan bei 29.500 US-Dollar. Wir hatten gestern oder vorgestern noch den Trade-offen bei 30.040. Der wurde dann gestern ausgestoppt, nachdem wir hier einen WIC bekommen haben auf 30.150. Wir haben leider nicht mehr dieses Hoch, was wir hier oben hatten, also diesen Bereich hier, haben wir leider nicht mehr angetestet. Wäre die nächste Short-Position gewesen, haben wir ja gestern im Video darüber gesprochen, leider nicht mehr so weit gekommen. Wir haben nur eine Bearish Divergence auf Schlusskurs bekommen. Das heißt, kein höheres Hoch, was den Chart anbelangt, nur was den Schlusskurs im 1-Stunden-Chart anbelangt, haben wir eben dieses höhere Hoch bekommen. War mir persönlich zu wenig und weil auch hier sehr, sehr viel Volumen nochmal reinkam, habe ich mir hier ehrlich gesagt nicht mehr in den Short reingetraut. So, daraufhin gab es einen Abverkauf. Wir sehen schon hier, es ging in der Spitze bis auf runter auf 29.377 US-Dollar. Wir haben noch eine kleine Ineffizienz hier unten bei den 29.200 und das ist auch momentan der nächste Stand für eine Long-Position. Hat einfach den Aspekt, wir ziehen uns hier mal das Fit-Level. Da seht ihr auch, okay, hier unten bei eben diesen 29.290, dort liegt das Golden Pocket. Wir haben im 4-Stunden-Timeframe, das haben wir ja gestern so schon mal besprochen, eine 4-Stunden-Demand-Zone. Wie gesagt, die Ineffizienz des Golden Pocket und als Stop-Loss habe ich jetzt derzeit mal auserkoren, dass wir zumindest mal hier unter das 0.786 gehen. Das heißt, so grob 1% Risk, was ich mir derzeit ein bisschen zumindest vorstelle, würde meiner Meinung nach sehr, sehr viel Sinn ergeben. Und wenn der Plan weiterhin aufgeht, wir haben heute Nacht, wie gesagt, diesen WIG auf 29.390 bekommen, dass wir hier nochmal einen tieferen WIG sehen mit einer potenziellen Bullish Divergence, entweder im 1-Stunden- oder 4-Stunden-Timeframe und dann von hier nochmal einen Anlauf nach oben hin starten. So, jetzt haben wir aber ein großes Aber, das ist der Grund, warum es weiterhin keine Limit-Orders gibt. Wir haben heute, so, um 14.30 Uhr haben wir die VPI-Daten. Es wird damit gerechnet, dass die VPI-Daten höher ausfallen. Das heißt, ich kann euch das mal ganz kurz aufmachen hier, 14.30 Uhr VPI-Daten. Es gibt die Prognose, dass wir 3,3% Inflation in den USA haben. Vorherig waren 3%, das heißt minimale Steigerung gesagt. Jetzt haben wir gestern schon mal den Ölpreis angeguckt, der ein minimal niedriger ist als vor einem Jahr, aber dafür sind die Strompreise auch in den letzten Monaten deutlich, deutlich angestiegen. Also das könnte dazu führen, dass wir eben diesen Abverkauf sehen, also als Fake-Out möglicherweise, je nachdem wie die Zahlen sind und dann eben diesen Konter nochmal in Richtung 30 bis ungefähr 30.400 US-Dollar sehen. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab, je nachdem wie jetzt die nächsten Stunden verlaufen, entweder, dass wir vor 14.30 Uhr schon in diesem Bereich angekommen sind oder wenn das jetzt sich hier ewig in die Länge zieht, dass wir dann auf jeden Fall mal abwarten, wie um 14.30 Uhr die Zahlen sind. Wir werden um 14.00 Uhr heute mal live gehen für eine halbe, dreiviertel Stunde, um die Zahlen dann mal abzuwarten, mal kurz live zu gehen, was macht der Chart und dann weiter zu schauen, wie es im Endeffekt weitergeht. Also kommt da gerne, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne um 14.00 Uhr online auf YouTube und schaut euch oder kommt dann in den Livestream rein. Ja, ansonsten sollten die Zahlen wirklich mega beschissen ausfallen, wäre das nächste Ziel auf jeden Fall und das wäre dann die zweite Long-Option momentan bei 28.600 US-Dollar. Einfach diesen WIC hier drüben, über den wir schon mal gesprochen haben, diese kleine Ineffizienz, die hier noch offen ist, würde ich mir gerne holen bei ungefähr 28.600, 28.500. Also die zwei Chancen haben wir derzeit für Long-Position, um mitzunehmen. Meiner Meinung nach für mich auch die persönlich besten Optionen in den nächsten Stunden zumindest. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum, brauchen wir uns nicht lange drauf aufhalten, hat sich nichts getan. Auch hier gehe ich eher davon aus, dass wir nochmal Richtung 1830 US-Dollar runtergehen. So, dann haben wir über XRP gesprochen. Gestern gab es erst wieder Fake News, sehr, sehr interessant. Wir haben ja gestern in der Gruppe schon mal drüber gesprochen, ich kann es euch wie gesagt gerade nicht zeigen. Erst gab es die Mitteilung, SEC will keine Berufung einlegen. So, dann hat jemand anders gepostet, Fake News, das habe ich dann reingepostet, dass es einfach nur Fake News ist. Und ich glaube dann heute Nacht, 12.01 kam dann raus, okay, SEC geht doch in Berufung anscheinend. So, das hat natürlich ein bisschen zu Kursschwankungen geführt. Und das haben wir uns gestern im Livestream eben auch mal angeguckt. So, wir hatten die News, SEC geht nicht in Berufung, wir sind auf 0,66 hoch. Dann haben wir im Livestream drüber gesprochen, okay, das ist ein perfekter Short. Und zwar kurz vor, im Endeffekt vor dem Top hier reinzugehen mit einem Stop-Loss, ich glaube 2% hatten wir nach oben. Das heißt, so in diesem Bereich, 2% war ungefähr hier oben. Das war das Setup aus dem Video. Und dann kamen eben diese News, die ich eben gerade angesprochen habe, dass die SEC in Berufung gehen wird. Und schnurstracks ging es nach unten und perfekter Hit. Und das war eigentlich das übergeordnete Ziel, wo wir gestern drüber gesprochen haben, in den Abtrend in das Golden Pocket. So, die Zone wurde jetzt erst einmal erreicht. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir diesen Bereich hier möglicherweise unten nochmal sehen. Das heißt, nochmal ein kleiner Abverkauf hier runter möglicherweise, um dieses Tief nochmal zu holen. Und dann mit einer Bullish Divergence nochmal einen Anlauf nach oben hin zu starten, in dem Bereich der ca. 0,65. Wir haben hier oben noch die Ineffizienz, die würde ich mir gerne nochmal holen. Und dieser radikale Abverkauf ist meistens kein gutes Zeichen und diese werden früher oder später mal wieder geholt. So, und auf dem Daily Chart auch sehr, sehr interessant, denn, schauen wir uns mal ganz kurz an, wir haben kein höheres Hoch. Das heißt, die ganze Abwärtsstruktur, auch auf dem 4-Stunden-Timeframe, ist weiterhin in Gang. Es hat sich nichts verändert, wir sind weiterhin in einem Downtrend. Hier oben war die Kontermöglichkeit in einem 4-Stunden-Orderblock, beziehungsweise in der 4-Stunden-Supply. Die hat sich der Chart nicht geholt. Wir wurden geblockt, auch nicht mit einem Closer drüber. Und es ging wieder schnurstracks ins Golden Pocket der letzten Aufwärtsbewegung. Also, grundsätzlich weiterhin vorsichtig sein mit XRP, Longs etc. Der Short läuft jetzt erst einmal weiter, würde ich sagen, den wir gestern, wie gesagt, im Stream besprochen haben. Und ansonsten gibt es derzeit hier wenig zu sagen. Wenn das Golden Pocket natürlich durchbrochen wird, gehe ich weiterhin davon aus, dass wir die 0,57 US-Dollar-Cents sehr, sehr bald sehen werden. Gut, dann war es das, wie immer, für das heutige Update. Wie gesagt, heute um 14.30 Uhr, wenn wir dann mal einen Blick auf die Inflationsdaten werfen, 14 Uhr, dann live auf YouTube. Würde ich mich freuen, wenn vielleicht doch einige von euch wieder dabei sind. Und ansonsten gibt es derzeit einfach wenig zu sagen, wir müssen das Beste draus machen. Wie gesagt, neuer Long ist geplant, entweder zwischen 29,3 oder bei 28,6. Short-Position, derzeit einfach nicht geplant. Gut, das war es von mir. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, Steak.